hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fordner job video und auch heute schauen wir wieder gemeinsam was denn neues in den shop hineinkommt und der shop ist auch in einer sekunde da und au reist zurück relax jonesy kristina zyklo tech kommando aber nichts neues mecher mal wieder ok ja guck uns das mal genauer an so dann legen wir mal los da haben wir hier einmal die aura zurück die ist nach 31 tagen wieder im shop und hat hier noch den die winterjägerin als ziel dann haben wir gilt zurück ebenfalls nach 31 tagen wieder da hier hat den dunklen stil dann gibt es den diamantschädel als axt und den beute beutel und den blicken beutel alles wieder nach 31 tagen zurück dann haben wir hier den relaxed jonesy der ist nach 203 tagen zurück und hat hier den bürger pack als backlink dazu gibt es dies nächste auch nach 203 tagen zurück dann haben wir kristina nach auch zwei drei tagen zurück und rutzlerin ebenfalls nach 203 tagen und dann kommt man die nächste zeile da haben wir den architeil zurück auch ein weiteres kind ist nach 59 tagen wieder da hier mit backlink dazu gibt es den gleiter servo und die messhacke dann haben wir zyklo zurück nach 66 tagen ist er wieder im shop und venturion ist nach 69 tagen zurück mit dem umhang als backlink der passt sich auch an ventura ebenfalls nach 69 tagen zurück auch hier mit umhang dann haben wir die aerodynamik auch nach 69 tagen zurück und der gleiter triumph ist auch nach 69 tagen zurück dann gucken wir in die täglichste zeile da haben wir aber techkommando ist nach 31 tagen zurück hier mit dem kondensator als backlink dann haben wir den scherpen feldwebel der ist nach 42 tagen zurück beste freunde musik moment da muss ich erst musik an machen nach 40 tagen zurück und dann machen wir weiter dann haben wir hier den sonnensprotz der ist nach 32 tagen zurück der hüftschwung ist nach 32 tagen zurück dann haben wir hier noch den schattenschlag paket ist nach 53 tagen zurück einmal hier mit dem schatten archetype backlink nacht kanonja tasche des unglücks schatten mecher anführer und sein backlink dazu gibt es natürlich dann auch noch schatten combo klingen und den schatten schlechter paket auch mit dabei muss man extra holen ok dann haben wir noch das arcane wie paket arcane jinx ist noch dabei hawkeye und hier gibt es ein neues finsterflügel auftragspaket mit 1500 wie bugs inklusive ist also neu gucken uns einmal an ja aber mit skin backlink die axt leiter käfig flügel und die wie bugs und das war's mit dem shop für heute mahalo bis zum nächsten mal ciao eure san das war's mit dem kapitel